Oh, ab dem Tee-Bootel vergessen. So, ach, die Bälle. Schön. Gut, das war das. 130, okay. Was hätten wir denn hier noch? Unkelmassekreuzung, ach, das war das, okay. Ja, genau. Die Zweiglinge sind schuld. Hm. Okay, dunkelmassekreuzung, da. Gibt es, glaube ich, noch eine Quest zu finden. Machen wir das da mal. Müssen wir ja nicht direkt zurück. So. Okay. Jetzt müssen wir da nur noch diesen Typen finden. Ich glaube, wir müssen da die Mina aufräumen oder sowas. Sowas in der Art. So. Weizen sammeln. Dankeschön, das nimm ich. So. Schön. Wieder bist du einer. Mit dem Bauch voller Meht wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumuten. Was haben wir denn hier? Verschlossen. Äh. Die Kaiserlichen denken, dass wir ihre Gesetze benötigen. Hm. Hm. Schau mal weg, bitte. Hm. Okay, wenn es nachts ist. Oder was? Jetzt? Jetzt. Jetzt ist er gerade weg. Aber die Tiere sehen mich. Und der da. Dieses Tier. Dann los. Äh. Dann machen wir es halt anders. Das ist doch so mal hier. In euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Mache ich schon. Ja, ja. So, Nummer eins. Dö, 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 dö. Was gibt's denn? Ja, ein Kachit weiß, wie man hier Sachen entwendet. Für gute Zwecke. Denn das werden wir später beim Schmieden brauchen. So. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Okay, muss ich mit einem von euch reden. Gibt es etwas bei... Da gibt es nicht viel zu erzählen. Wir fischen und bleiben für uns. Wir versuchen, weder das Kaiserreich noch die Sturmmäntel gegen uns aufzubringen. Und bislang hat uns der Krieg verschont. Okay, schön. Glaub ist es nicht. Glaub ist es auch nicht. So. Ganz tief im Meer. So. Hmhm. Dennoch können wir uns als Arbeiter tarnen. Wir haben hier eine Spitzhacke. Okay, den Himmel. Den kann ich aber schlecht nach unten sehen. Mach keine Ärger, Kajit. Nee, nee. Und das letzte. Oder haben wir hier noch was? Ah, nee, okay. Ach, zweitletzte. Okay. Okay. Du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Okay, dieser Fels da sieht ein bisschen seltsam aus. Du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Nicht gerade. Holy shit. Die Erfindung des Jahrhunderts. So. Okay, aber ich habe ja gedacht, der meinte wegen den Drachen. Oder wegen Gefahr von oben. Aber wenn das so ist. Na dann. So, räumen wir die Mine aus. Wenn wir schon dabei sind. Und es ruckelt. Dann sind wir hier. Gib mal her. So. Wie sieht es aus? Beworfene Frame 70. Ja toll. Hm. Beruhigst du dich? Na, sieht nicht so aus. Die Mine ist zu viel. Das sprengt den Stream. Na toll. Okay, dann machen wir hier schnell. Schnell rein und wieder raus. So. Na. Na, du bist das. Erzählt das Ton wieder Geschichten? Keine Ahnung, wer das ist. So, was haben wir denn hier noch? Das kann ich mitnehmen. Nice. Hm. Shiva blau. Okay. Hm. So. Hm. Na, ne, 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 ich verkaufe das nicht. Na, 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 nein. Du, geh weg, darf ich das auch abbauen. Früher war ich Abenteurerin. Aber dann habe ich mich niedergelassen. Und geheiratet. Nicht ein Fall ins Knie bekommen. Okay. So ist es. Ich habe unzählige Orte erforscht. Auch die Mine, um die die Dunkelwasserkreuzung aufgebaut wurde, war ursprünglich meine Entdeckung. Erst neulich habe ich um der alten Zeiten willen die Gegend erkundet. Dabei entdeckte ich einen Banditen auf dem Weg zu seinem Lager. Hättet ihr vielleicht Lust, auf die Jagd zu gehen? Mein Mann ist eine lahme Lusche und ich kann nicht allein gehen. Ja, dann los. Das bringt einige Erinnerungen zurück. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid. Dann zeige ich euch gleich ein paar Tricks. Uh, nice. Okay. Anführer von Steinbach-Höhlen. Na schön. Machen wir das. Okay. War das die Quest, die ich in Erinnerung hatte? Wir hören ständig, dass der Krieg ab hierher kommt. Genau, geht er weg. Ich versuche mir darüber keine Sorgen zu machen. So. Hm, was auch immer. Ah, schaut zu. So macht man das hier. So muss man zuschlagen. Wenn ihr nach Künishain unterwegs seid, bleibt auf der Straße. Aha. Es gibt auf dem Weg dorthin sehr gefährliche Höhen. Ach ne. So viele Ablenkungen gibt es da. Na toll. Dann wird es lange dauern, bis wir mal da ankommen. Der Ketis hat mich früher zum Tauchen ganz tief im Fluss mitgenommen. Ich vermisse ihn. So mit ihm hier noch. Wo geht die anderen blockieren die das da? Geht mal weg. Oder jetzt ist gar nichts. Nur Stein. Vielleicht würde das Erz aus dem Felsen locken. Oder wohl eher das Fels aus dem Erz. Geh mal weg da. Du bist noch im Weg. Geh bitte weg. Geh bitte weg. Ja, Geschichten, dass du hier im Weg bist. Geh weg. Dankeschön. Ich bin nicht stolz auf Reffler's Papa. Mach mal so das Gras da. Und ihr ginge es genauso, wenn sie ihn kennen würde. Ja, ist ja toll. Also gut. Hm. Wie lange brauchst du? Okay, wir... Das war das Herz abbauen, Bug. Dass es unendlich läuft. So. Aber leider bekomme ich da nichts. Das wäre schade. Oder das wäre toll. Toll schade. Was? Keine Ahnung. Das da verwirrt mich. Was ist denn das? Was soll das denn? Okay. Egal. Ui. Ach, auch von außen? Okay. Das werde ich mir dann mal anschauen. Okay, das habe ich schon. Ich höre immer wieder Geschichten über Morrowind. Klingt, als werde es einstellt. Ah, Morrowind. Habe ich noch nie gespielt. Hm. Okay, ähm. Äh, Höhle. Äh, okay, ist nicht ausgewählt. Moment. Moment. Wenn wir schon dabei sind. Wo ist denn das? Da drüben wird es mich forschen. Ja, was soll's. Gehen wir da hin. So. Oh nein. Ich habe den Drachen gehört. Du bist noch zu früh. Das Kapitel kommt ja später. Am Montag vielleicht. Mal schauen. Geh weg. Hm. So. Nicht mitgenommen. Hm. Tja. Zwei Bären jagen einen Fuchs. Willst du mich verarschen? Das gibt Drache. Na warte. Ja, ich bin da kurz davor. Hab Delfin da zu diesem Grab geschickt. Und sie wartet dort seit heute, bis ich mir da mal auftauche. Und sobald ich da bin, tricke das dann. So. Damit der Drache wollte ich noch etwas warten. Was? Jetzt bist du dran. Hui. Ne, ne, ne. Nebel wacht. Ja, was geht? Hui. Oh, ist ja toll. Da, nimm das. Hat sich voll gelohnt. Moment. Ich muss mich noch. Auffüllen. Bleib. Aua. Okay. Nein, 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 nein. Du kleiner Sarg. Lass mich in Ruhe. Moment. 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 Jetzt. Na, schade. Nicht geklappt. Doch. Nö. Mist. Mist. Du. Nö, 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 nö. Geh mal weg, du neer Haust. Ach man. Hm. 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 Wirklich. Hier. Schnauze. Jetzt abhauen. Na, auf uns zu parken. Na. Was? Du. Hast mich infiziert. Lass mich da raus. Na, warte. So. Scheiß Baum. Was bist du im Weg? Hm. Da steckt er mich einfach an. Ich glaube, es hackt. Was hat denn der gemacht? Was da auf ein Ring hat? Nee, nee. Ich glaube nicht. So. Oh. Okay. Wir müssen nachher die Gefährten weitermachen, bevor wir das mit den Drachen starten. Und zwar dringend. Damit diese Schatzkrankheiten aufhören. So. Okay. Hm. Das ist mein Blut. Ah. Ah. Tja. Ah. Was haben wir denn hier? Eisen. Hm. So. Was habe ich denn da für Stiefeln? Was sind das denn für Stiefeln? So. Zellenstiefeln. Ganz vergessen. Hm. So. Okay. Aber da warst du. So. Was waren die? Und wo ist der Fuchs? Den sie getötet haben? Ich habe dich gerät. Da bist du. Moment. Was haben wir denn da? Na komm. So. Oh, in Frieden. Hm. Okay. Wir müssen da lang. Hm. Ach nee. Ach nee. Der ist tot. Gott. Ich leg mal den Blut her. So. Dankeschön. Ich mache nichts. Ich gehe noch hier lang. Ich will noch hier lang gehen. So. Ganz ruhig. Gut. Das ist überhaupt richtig. Okay. Du kannst gleich wieder weggehen. So. Hm. Hm. Looten. Dankeschön. Oh, ich bin schon seit neun Stunden am Streamen, am Stück. Ein neuer Rekord. Schön. Hm. Okay, nix gut. Ich dachte schon, da wäre jetzt was im Anmarsch. Hat sich so angehört. Da vorne ist wieder wer. Okay, wir müssen da lang. So. Ach, Mann. Schnauze Junge Ziffer Tschüss und Ciao Tschüss Ciao So Die kann ich nicht mehr ernst nehmen So Interessant Wie ist das mit Wimmerruinen Ich glaube ja Okay Die kommen später Das da Wie lange Keine Ahnung Ist immer ungeplant Wie spät ist es überhaupt Für halb 5 Keine Ahnung Vielleicht eine Stunde Oder 2 Oder 3 So So Äh Was das denn für ein Zeichen Was würde ich jetzt tun Ich muss das denn mal weg tun So Okay Nee So Was 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 Wer will hier was Hm Oh nein Troll Mal schauen Wie ich jetzt stark bin Wie sehr Ja es geht Am letzten Troll bin ich abgehauen So So Hm So Hm Okay Machen wir es anders Das dauert zu lange Komm da hoch Kom da hoch Ja ben her Hier. Genau, komm rück her. Komm rück näher. Na los. Komm hier hin. Guten Floor. Und immer noch schön am Rutschen. Und tot. Schön. Das war der. So. Hm. Hm. Guck mal, ist das ein Polter? Ist das ein Kaiserreichlager? Hm. Gleich mal nachschauen. Hm. Was ist denn da los? Was ist denn da? Geht Siegel. Achso, jetzt hat das. Na. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt. Hm. 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 Wirklich? Hm. Gesundheit. Geh her. Hm. 2 Punkte. Und hier. Vorher muss ich schon sagen, der Gegner taubten. Was haben wir hier? Kampfhaltung. Weniger Ausdauer. Habe ich das nicht? Was war ich dafür? 50, okay. Zwei Waffen. Schwere Rüstung. Was haben wir denn da? Steht eine Fäuste. Wiegt nichts. Interessant. Aber das wird ja auch lange dauern bis wir da sind. Schwere Rüstung. Hm. Na ja. Na ja. Wieder herstellen. Regeneration. 15% mehr. Hm. Machen wir das da mal. Dankeschön. Zerstörung. Was haben wir denn hier eigentlich? Noch Witze. Doppelte Wirken. Äh. Ja. Nasse stopft. Ach. Kein Moment. Ach Mann. So. Was haben wir denn hier? Feuerzauber. Mehr Schaden. Wäre eigentlich nicht schlecht. Hm. Aber was brauchen wir denn noch? Was wäre denn noch? Da brauchen wir grad nix mehr. Schießgrund. Es geht auch nix. Na komm. Machen wir das da mal. Zerstörung. So. Gut. So. Okay. Da oben müssen wir hin. Das ist ein schöner Ort. Sieht echt schön aus hier. Ein Angelplatz. Da oben sind die, es ist doch ein Kaiserlager. Ihr vergesst diese Symbole dauernd. Die sind aber auch unwichtig. So. Na du sag was geht. Nein werde ich nicht. Schnauze. Das nehme ich mit. Nein nicht das. Das kannst du behalten. Scheiss kreiserlichen hier. Was haben wir denn hier noch? Mach auf. Mach auf. Mach auf. Ich habe so lange keinen Sturmmantel getötet, dass mein Schwert hat. Schön. Darf ich einfach was mitnehmen. Das ist aber nett von denen. Weil es ein Fremder kommt hier lang. Und ich darf ja alles mitnehmen. Schön. Halt die Augen offen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiter endet. Wenn diese Rebellen denken, sie könnten uns fertig machen, dann werden sie sich noch wundern. Ja ja komm Schnauze. Stahlhelm. Ja nö. Ja nö. Okay. So. Okay. Wir müssen da hin. Was ist das denn? What is this? Da müssen wir rein. Okay. Achso. Was haben wir denn hier unten? Irgendwas versteckt. Steinbachhöhle. Muscheln. Muscheln. Muschelflasche. Bäh. Bäh. Pfui. Weg damit. Ich geht. Bah. So. Okay. Hm. So. Hm. So. Na dann. Was war hier nochmal? Banditen, glaub ich. Hab's vergessen. Was der Teufel. Okay. Wer macht denn sowas? Wurde es ausgerutscht? Hm. Tja. 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 Das ist mitgenommen. Ach. So. Okay. Drohne. Warte. Oh das ist ein Skelett. Was haben wir denn da? Skelett. Schön. Okay. Hm. Hm. Was haben wir hier? Ach nichts. Gar nichts. Okay. Hm. Tja. Hm. Was ist das denn für eine seltsame Höhle? Und die haben die ja ein Lager. Das ist doch gefährlich. Hier kann man nachts ausrutschen. Ja okay. Viel Glück. Ach. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Ganz ruhig. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Niemand. Wusste ich doch dass ich etwas gehört habe. Ja du hast dich selbst gehört. Du hast dich reden gehört. Oh es geht zu. Wo bist du? Da bist du vorne. So. Guck dir mal. Tschüss. Der ist gestorben. Was sagst du dazu? Okay. Tja. Tschüss. Ja so. Ja so. Der ist jetzt ausgerutscht. Ausgerutscht und gestorben. Sicherheit am Arbeitsplatz ist jetzt aber nicht so. Das muss besser. Die Sicherheit ist ganz wichtig. So. So. Das habe ich jedenfalls in der Lehre gelernt. So. Muss der mich hören. Schnauze. So. Schön. Bleib jetzt weiter. Ja okay. Hm. Ja okay. Ja fast ins Knie. Fast. Fast. Hm. Wäre schön gewesen. Okay ist nur das. Na schön. Schön. Ja okay schön. Der Neidbad funktioniert. Mit dem Timer und so. So. Okay. Das ist echt eine seltsame Höhle. Okay. Das ist echt eine seltsame Höhle. Cool aber seltsam. Hm. Und kommt hier noch wer? Ja. Was haben wir denn hier? Hä? Ach. Ach. Das ist das gehört mir. So. Das ist mein Ernst. Was haben wir hier? Mond. Uh. Nice. Hallo Beast Mode. Oh Gott. So. Mondstein jetzt abbauen. Nice. So. Schön. Was haben wir denn hier? Drei Gold. Hm. Schön. So. Geh mal weg da. Dein Blut will ich nicht auf dem Meer. Das ist nicht gut. Dann habe ich es nachher auf meine Rüstung. Oder was ich nachher daraus mache. Und das? Nee nee. So geh weg. So. 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 Follow. Wir kommen an Bord. Auf unsere Reise. Nach Dietrich. Wo wir suchen. Zu verschieden Spielen. So. Ach, wir haben gerade einen Dietrich-Bruder verloren. Ohne Kalkus-Bahren, okay. Schön. Okay, das hätten wir. Hm. Ähm. Hä? Wie jetzt? Habe ich da was verpasst? Habe ich da was verpasst? Hä? Hm. Was, äh. Ging es doch hier weiter? Hä? Ach, ne. Ich bin blind. Ach so, okay. Ah, ich glaube, ich erinnere mich. Stimmt. Marodeur, okay. Ein Zauberer, ja, leg mich doch. Ein Feuerschleuderer, lass das. Nö. Holy shit. Oh oh. Oh oh. So. Du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du. So. Hm. Ah, ich weiß. What the? Was im Teufel war das denn? What the fuck? Äh, ja, ich weiß, dass es da den Skelettschlüssel gibt. Aber dann, ja, die Triebesgilde. Mal schauen, wann ich die mache. Vielleicht nach den Gefährten. Mal schauen. So. Denn es wäre echt nicht schlecht. Shit. Ne, 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 ne. Nicht zuhauen. Nein, nein, nein. Keine Feuerbälle. Nein. No. Okay, da habe ich so viel gespielt. Na schön, nochmal. Noch einmal. Das ist nie passiert. Das war nur was wäre, wenn. So. Hm. Du-du-du-du. Ach, so eine Bilo-Falle. Ernsthaft. So eine Bilo-Falle. So. Was ist für die Bilo-Falle? Mach was anderes hin. Shit. No. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Puh. Na, keine Ahnung. Was meinst du? Du hast gestorben. Was hat jetzt so eine Lüge? Als ob ich hier sterben würde. Das wird nicht passieren. Nie wird das passieren. Nie. Weißt du was? Weißt du was? Los mit Lust. Komm her. Ich bin auch rum, wenn ich das muss. Du, halt dich du Sack. Das mache nur ich. Verdammter Mist. von ist doch was für ein tonister jetzt ist sicher in der fall es ist ja nicht so toll nicht so toll was aber das auch eine gute idee ist nein ich bin hier also rucksack ja da habe ich 50 mehr tragekraft ach hier ist ja ein stein das wird in die hose gehen wahl ernsthaft hier ist niemand ja ja das auch nur wieder was wäre wenn wenn ich daneben geschossen hätte so komm schon ist da jemand nene hier ist niemand geh weg das bin ich dir das war der da hier der da hinten doch hier ist niemand doch niemand hier genau jetzt mal lecker tee mhm so na dann nächste runde tja nene das war nicht ich ja aber echt dk ist einzigartig hast du schon wieder gehalt willst du mich verarschen ok nene 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 Mist. Auf einmal entdeckst du mich ernsthaft. Bleib schon da. Hier ist niemand. Wer muss sauber sein? Ich verwende keinen. Äh, und Höhle? Wie hieß das? Steinbachhöhle? Irgend so was. Moment. Was ist denn hier? Steinbachhöhle. So heisst der. Können wir es jetzt mal bald beenden bitte. Es wird langsam Lächer leer. Ja, ich bin weggelaufen. Willst du mich verarschen? Willst du mich rein verarschen? Moment. So, abbrechen. Was haben wir denn da? Ach, Schaden. Ja, kein Wunder. Moment. Zwölf Schaden. Vierzehn Schaden. Äh, Moment. Ich zeige es gleich auf der Karte. Okay. Jetzt erst mal muss sie da weg. Wusste ich, dass ich etwas gegrillt habe. Verdammter Mist. Du wirst uns wohl weggelaufen. Mann, ey. Okay, jetzt mache ich es anders. Okay. Moment. Äh, da. So, Riften ist da unten. Und diese Höhle ist da. Direkt da beim Geisterlager. So. Ja, sowas ähnliches hatte ich jetzt auch vor. Aber danke Neonkiller. Ich versuche es jetzt auch mal. So, Anna. Das. Oh, nimm Gas. Und. Tschüss. Stirb jetzt. Schluss mit lustig. Dankeschön. Meine Fresse, was war das? Und hallo Neonkiller. Ach, okay. Schatzkarte X. Okay. Noch eine Schatzkarte. Na toll. So. Das kannst du behalten. Wo ist denn hier? Da. Das auch. So. Hm. Wenn es lautet, was. Wer ist Finn? Okay. Alle Misswurf. Ja, mir geht es gut. Hm. Okay. Keine Ahnung, wer das ist. Hm. Na, was ist denn da? Ach. So. Also sonst noch was hier. Geh mal weg da. Also das. Pech, okay. Unwichtig. Die. Oh. Oh, ich hatte wieder alles im Pfeil. Na schön. So Na schön, was sagst du denn? What? What? Okay, ihr könnt ein Schrein Oder sowas Was für ein Lager ist das da? Hm, okay Also muss irgendwo ein Schrein sein, okay Na gut, diese Hülle hätten wir jetzt endlich geschafft Oh, doch Zeit Oh, meine Stimme Das war viel zu lange So, schon wieder besser Äh, ich bin Stufe 20 Die Truhe Die habe ich doch, oder nicht? Oder ist ja noch eins Äh, also das habe ich schon Die Karte soll das Duander deuten What? So, das ist eine Starte von Dibella Okay Eine Starte von Dibella Ist es dann im A-Kart? Hm Okay Ah, kein Problem Peace Mode Gehe Fall Lass in Dias Fall Lass in Dian Lass in Dias Pache Lass in Dias Äh, ich bin